Jonas. Hey, Mama. Mama. Ist schon ziemlich lange jetzt. Die Wesen meine ich. Ja, ist schon gut, Mama. Machst du was trinken? Magst du was trinken? Gerne. Was möchtest du denn? Drei Blatt Minze, ein Messer und heißes Wasser. Okay. Suchst du schon mal einen Platz? Okay. Ich möchte ein paar Tee, Papermint, und ein paar... Mama. Mama. Mama, bitte die Leute. Ich setze mich nicht auf einen Stuhl. Ich will auf der Erde sitzen. Mama, das ist Beton. Was? Du sitzt nicht auf der Erde. Du sitzt auf Beton. Ach, Jonas. Du bist so unfrei. Mama. Ich bin hergeflogen, weil ich dich sehen wollte. Jonas, ich sitze nicht mehr auf Stühlen. Das kannst du nicht verstehen. Mama, bitte erklär es mir. Das muss man erfahren. Ja. I'm sorry. Du solltest mal mitkommen. Du solltest mal heimkommen. Leni vermisst dich nämlich. Leni. Ja. Leni. Wie lange wird's dann noch dauern? Der Guru sagt nur, ich kann wissen, wann ich so weit bin. Ich bin immer noch traurig. Wir auch. Ja. Ich bin immer noch traurig. Ich bin immer noch, ich bin immer noch traurig. Der Knie hat viele Blätter gemacht. Ich bin immer noch traurig, ich bin immer noch traurig. Vielen Dank.